ich grüße euch am freitag ja gestern war ja ein feiertag deswegen gab es auch kein video aber ich verspreche euch eines nach weihnachten wird es wieder mal hart zur sache gehen aber die dinge die leonore gewessler hier bei gesetz machen will das musik noch einmal erwähnen ich finde das schrecklich dass man jetzt hier so denkt was passiert dann als nächstes wenn die westbahn zu schnell fahrt wird die dann auch versteigert oder wie kann ich das verstehen aber eine frau leonore gewessler denkt nicht einmal ich weiß nicht ich muss sie noch einmal fragen sind sie seit kind Tagen dramatisiert dass sie auf die autofahrer so losgehen ich habe verständnis dass es ein klimaticket gibt und ich nutze das auch gerne auch als nicht autofahrer aber ich möchte nicht haben dass die menschen hier dass die menschen hier ungerecht behandelt werden nur weil sie vielleicht ein zorn auf die autofahrer und autofahrerin haben so bitte nicht wenn sie schon für das klima sorgen wollen frau gewessler dann bitte auf der legalen art und weise und nicht auf dieser mafia methode ich wünsche euch noch einen schönen freitag tschüss